Schwindigkeit, ach, diese wieder... Der Rabe da ist auch irgendwie hässlich. Hier ist der Pascal seit dem Shop. Die ist auch wieder drin. Sollte diese blaue Astro Assassinen hier nicht auf dem Rot geben oder soll es davon nicht so eine Hasenvariante geben? Ja, eigentlich sollte es davon eine geben. Weißt du welche Sache ich cool finde heute? Der Justin, der ist so richtig sauer, aber die Carmen, die ist so richtig mega sauer. Die ist richtig mega hardcore speedcore sauer. Weißt du was ich heute cool finde im Shop? Was denn? Polo Style, die sind bei täglich. Ich bezacke, aber die kann ich mir nicht wollen. Was denn das? Ich bin mit dem Lockdown. Okay, ich bin mit dem Lockdown. Ich bin mit einem Lockdown. Ich bin mit dem Lockdown. Ich bin mit dem Lockdown. Ich muss sagen, wo ein Reality-Waking ist. Ja, Moment, vor allem nicht. Was muss man noch? Das Shagun. Wieso kriegt der eigentlich keinen neuen Stil? Ich meine, wir haben jetzt Japan Day, ne? Season. Da hätte man immer noch einen Stil geben können. Auch bei dem hier, den ich hab. Ja, oder? Warum kriegst du bei dem keinen? Welchen? Da gibt's sogar auf der Real Map, gibt's von denen, welche die rumstehen, also rumsitzen an einem Ort, in welchen Stils die richtig cool aussehen. Irgendwann gibt's den in keinem Stil. Muscha. 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 Da hab ich's ausgewiesen. Ja. Ich weiß den hier was ach, weil okay. Das ist kein Daydorf für die Schleubel. Guess das war. Das war euer privat. Ich gebe an hoch heute cosims und wollte den raussenden W industriierten. Ich werde durch die Schleubel das neighbour diese nennen. Und ihr solarium- целiger die ganze Frage obraerst. jetzt alles kindern aber kein px dazu das ist weiß ich nicht das hätte man auch noch einzeln wenn sie schon alle sagen so schloss von mir nicht total 185 die school aber nicht von dem preis der boot stock sauer ja ich weiß das ist ein lotos stern ist schon wieder drin was meintest du hmm